Wichtig ist, dass die Beschlüsse des Europäischen Rates vom 28. Juni jetzt vollzogen werden, das heißt konkretisiert werden, das heißt die Schaffung von Ausschiffungszentren im Norden Afrikas und die Bildung von Aufnahmezentren in Europa, beides auf freiwilliger Ebene und der bessere und wirksamere Schutz der EU-Außengrenzen. Da stimmen wir überein, da werden wir auch Österreich unterstützen und ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten hier wirklich auch zu einer vorzeigbaren, wirksamen europäischen Lösung kommen. Wir sind mit Italien auf höchster und auf Beamtenebene im Kontakt. Ich kann nur wiederholen, was ich mehrfach in den letzten Tagen gesagt habe, wir sind sehr, sehr weit und wir stehen eigentlich vor einem Abschluss mit Italien. Ja, das macht mich ein wenig nachdenklich, wenn Personen jetzt in einer Art völlig unkontrollierten Verteilmechanismus von Schiffen kommen, wo keinerlei Überprüfung stattgefunden hat und wo wir dann sozusagen Menschen quer durch Europa verteilen, wo wir nicht wissen, ob der Schutzstatus überhaupt besteht. Das ist eine Fehlentwicklung, da geht es in die falsche Richtung und ich glaube, hier sind wir alle gefordert, entsprechend gegenzusteuern und gegen Maßnahmen zu ergreifen. Mich haben die Ereignisse in Chemnitz mindestens so bewegt wie viele, die sich stärker dazu öffentlich äußern und zwar wirklich aufgewühlt bewegt. Da werden immer viele, viele Vorschläge gemacht und im Zeitverlauf versandet das dann wieder. Ich habe auch eine politische Kultur, lieber Herbert, von der du heute bei dir gesprochen hast. Wenn ich etwas ins Auge fasse, dann wird es auch gemacht, aber nicht nur angekündigt. Also Ja zur Bekämpfung von extremen radikalen Parteien, die nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen und Nein zu reinen Aktionismus. ...wirksamen europäischen Lösungen kommen, diese haben wir sehr gut. ...